Uff tata, uff tata! Die Gemeinde Köln-Süd wird zehn Jahre! Herzlichen Glückwunsch, liebe Gemeinde Köln-Süd. Am Sonntag ist sozusagen der inoffizielle Festgottesdienst. Wegen Corona gibt es keine Party und nix, aber ich darf festliche Orgelmusik spielen und kann mal den November-Blues so ein bisschen wegfegen. Der Vorsteher hat gesagt, die Gemeinde soll doch bitte nach dem Gottesdienst den Kirchenraum zügig verlassen, aber nicht fluchtartig. Da helfe ich natürlich gerne nach. Falls ihr das Video auf dem Handy schaut, dann verbindet es mal mit einem Bluetooth-Lautsprecher oder benutzt Kopfhörer. Falls ihr auf dem Laptop oder Smart TV das Video anschaut, einfach mal die Stereoanlage einstöpseln und gut aufdrehen. Ihr könnt meinen Kanal übrigens auch abonnieren. Einfach hier unter dem Video mal auf Abonnieren drücken und dann noch auf die Bimmel daneben, dann werdet ihr immer informiert über das neueste Video von dem Kanal. Ja, euch einen gesegneten Sonntag. Tschüss und bis zum nächsten Mal. den letzten Mal. und bis zum nächsten Mal. bin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.